Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin der Ram und in dem heutigen Ranked Game spiele ich wieder einmal Xin Zhao im Jungle. Ja, des Weiteren in meinem Team habe ich einen Yasu auf der Top-Lane, eine Annie auf der Mid-Lane, Caitlyn als ADC und einen Trash als Support. Dieser hat meinen geliebten Master Yi gebannt, vielen Dank. Naja, und im Gegnerteam ein Malfight im Jungle. Chugart auf der Top-Lane. Lux auf der Mid-Lane. Ne, keine Ahnung. Ich kann es gar nicht genau sagen. Fiddlesticks als Support? Oder Lux als Support? Ich weiß es nicht. Ah, da scheinen wir Primates zu haben. Keine Deutschen. Vino Mi Madre. Keine Ahnung, Spanier Franzosen. Wow. Und da bin ich schon für das Blatt. Wunderbar. Fängt schon mal gut an. Und da bin ich schon für das Blatt. Ein Damatian does not retreat. Jetzt fange ich einfach mal direkt beim Blue an. Jetzt fange ich einfach mal an. Und dann nehme ich auch gleich die Krabbe hier unten mit, damit ich erstmal richtig ins Game komme. Oh, da war der Malfight schon sehr angeschlagen. Gucken. Ah. Ne, gehe ich mal lieber back. Noch keine E-Ready. Ja, deswegen sollte man als Midlaner immer hier worden. Direkt. Dann wäre sowas jetzt nicht passiert. Komm, Xin, hack schneller zu, du willst das doch auch. Ja, Tatsache ist ein Viertel Support. Mit Teleport. Unsere Botline muss schon zurückgehen. Doch nicht. Gehe ich gleich mal oben auf der Top Lane meinen Kill abholen. 'sein. Ja. Dann ist es wieder raus. Ja. Das. Ach. Ach, das kann doch wohl nicht wahr sein hier, verdammte Fickscheiße. Schöne, die Fickscheiße sind. Das war's für heute. Das war's für heute. So, jetzt hab ich ja nächstes auch meinen ersten Kill. So, jetzt wollen wir da Bottle hin auch mal ein bisschen unter die Arme greifen hier. So, jetzt wollen wir da Bottle hin. Dammit. So, jetzt wollen wir da Bottle hin. So, jetzt wollen wir da Bottle hin. So, jetzt wollen wir da Bottle hin. So, ich bin aber auch mal unterwegs. Jawohl. Das reicht. Naja, jetzt bin ich ja doch noch ins Spiel gekommen, Mensch. Zwei Kills. Zwei Kills. Zwei mal zwei gestorben. Richtiger scheiß Anfang. Aber naja. Auch solche Spiele muss man nochmal drehen können. Und ich hoffe, das haben wir jetzt hiermit getan. So. So, der stirbt auch noch am Red Buff. So. So. Auch schön hinterher. Jawohl. Haben sie. her hört ihr genauso. Und jetzt den mir hier rollt. Kann natürlich wer anders nehmen. Jetzt erst mal den Blue Buff der Gegner klauen. Da ich mich hier im Jungle so wohl fühle, bleibe ich auch noch hier. Wir sind so gut, schreibt er. Gut. Jetzt gehen wir mal die Lux knallen. Oh, damn it. Ah, die hole ich mir trotzdem. Mal sehen, ob wir den nicht auch noch kriegen. Ja, sag ich doch. Ja, Xen ist ein wenig broken. Ich habe ja gesagt, ich bin wütend. Oh, oh, na ja so. Ah, doch. Ich denke, da kommt er klar. Noch mal ein bisschen weiter zu gucken. Er ist ja auch richtig gut in-game. Na gut, wenn die Lux da jetzt natürlich noch vorbeikommt. Ja. Ja. Also, jetzt gehen wir noch mal gucken, wo wir da nicht noch was machen können. He, 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 he. Hey, he, 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 Ellie, Annie. Er hat es natürlich schnell denn Drake. Naja, schnell ist Ansichtssache. Schnell wie möglich halt. 2500 Gold, jetzt könnte ich auch langsamer zurückgehen. Und Stoppable, das wollen wir doch hören. Jetzt mal schnell den Tower einreißen. Junge, Junge, die haben wir jetzt aber richtig in der Tasche hier. So, mal gucken, ob hier ein Red ist. Jawohl, ist sogar. Mal gucken, Botlane ist keiner mehr. Kannst du ruhig nehmen. Wow. Ah, Shutdown. Dammit. Oh, oh, oh. Jetzt geben wir es noch aus Hand. Jetzt geben wir es noch aus Hand. Ah, Quatsch. So schnell geht das nicht. So, ich habe meine Klinge des gestützten Königs. Aber hätte natürlich nicht sein müssen jetzt. Ah, ich nehme nochmal ein paar Heldtränke mit. Und dann das nächste Mal den Herold holen. Jawohl, ja, Supported. Erstmal gehe ich mir einen Red Buff holen. Oh, Fiddle. Nö. Na ja, Supported-Item hat er wenigstens. Also gegen das Team sowieso nachher Magic Resist. Der einzige A-Dealer von denen ist der Djinn. Der ist auch nicht wirklich in-game. So, wie schon erwähnt, ich gehe jetzt den Herold machen. Oh, aber erstmal Yasu unterstützen. So, da haben wir den nächsten. Mal sehen. Ah, dumm reingelaufen. Na, wo ist die Lux? Da sind sie, ja? Ah, schade. Ah, jetzt reicht's aber. Oh, wer kommt mir denn da entgegen? Okay, ich hab meinen Devourer bereits voll. Das ist natürlich nice. So, wann ist der nächste Drake? 1,47. Fiddle Sticks als Support pusht erstmal die Top-Lane. Auch nicht schlecht. Oh, oh, Tower-Agro. Wow. So, jetzt wird's, glaube ich, schon Zeit für ein paar defensive Items. Und zwar, wie ich eben schon erwähnte, Magie Resi. Dringendens notwendig und Leben, gerade gegen den Showguard auch. So, ne, ich gehe mal lieber Top hoch. Ja, so hat kein Teleport ready. Ah, er will aber Top. Dann lassen wir's und biegen mal eiskalt in den Jungle ab. So, Drake ist ab. Da bewege ich mich jetzt auch direkt hin, ohne die Wölfe oder sonstiges mitzunehmen. Ja, haben sie gerade gewordert. Nö, nö, nö. Oh, schön auf alle fünf Fahrten. So, ich pull den Drake mal raus. Loll! Damn it! Oh, diese Kombo. Einfach geplatzt. Na, Annie noch da. Kommt Drake, du is born. Ne, leider nicht. Okay, den Drake haben sie. Dafür stirbt Showguard noch. Ah, weil wie ich einfach geplatzt bin. Na gut, insgesamt aber jetzt... Drei Kills. Jawoll, er auch noch. Komm, komm, komm. Nee, nicht ganz. Okay. Okay. Der Dhamasien muss nicht nachdenken. Der Dhamasien muss nicht nachdenken. Der Dhamasien muss nicht nachdenken. Oh! Damn it! Wollte ich ihr eigentlich überlassen? Oh, mal gucken, wenn der Fiddle hier mal über den Weg läuft. Ne, leider kein Fiddle. Ne, nicht jetzt Baron, Leute. So, allerdings komme ich sofort zu euch. Ne, 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 ne. Nicht Baron machen. Okay, gehe ich nochmal mit der Push-A-Push. Oh, hat er abgefangen. Boah, what damage. Oh, den habe ich. Und den kriege ich auch noch. Jawohl. Huuuuh. 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 Jetzt aber erstmal zurück. Das hat sich jetzt gelohnt. So, selbstverständlich kannst du meinen Blue haben. Und ich gehe erstmal eine Runde shoppen. Ja, reicht auch schon für Spirit Visage. Und jetzt hole ich mir doch noch die Wutklinge. Und dann wahrscheinlich Deadman's Plate. Und dann sollte das Ganze gehen. Oh, der Tower fällt jetzt wahrscheinlich. Annie ist da. Nee, kann es eigentlich mit einer W genau machen. Wir müssen jetzt natürlich auch weiter pushen. Um unsere Leute da unten ein wenig zu entlasten. Na gut, die machen aber auch nicht weiter. Dann gehe ich mir erstmal Piddle holen. Nee, der wird jetzt backporten. So, da können wir doch mal was abfangen, denke ich. Ja, die haben alle nicht so die Lust. Dann gehe ich mal zu Annie. Okay, nochmal. Oh, dammit. Ach, da frisst er mich mit seiner Ult. Hebt da die extra für mich auf. Junge, Junge. Ach, Trash, doch nicht stehen bleiben, Junge. Na, Annie ist noch da. Ja, die werden auf jeden Fall den Baron jetzt angehen. Und ich denke, da kann mein Team auch nicht viel gegen machen. Ja, so, ne, Teleport hat er. Aber wo soll er hin? Jawohl. Ja, so, TP. Komm, rein da, Junge. Jawohl, cool. So, und ich gehe direkt runter zum Botlane und mache Drake. Ist dann zwar erst unser Zweiter, aber die Mitte pusht auch ganz gut hier. Das ist schön, dann müssen die Gegner deffen. So, komm, den holen wir uns. Na, vielleicht doch nicht. Lieber ein bisschen vorsichtig jetzt, Leute. Baron ist erstmal sicher. Okay. Oh, weia. Oh, weia. Boah. Komm, stirb, Digga. Ah. Puh. Ja, natürlich nicht versuchen, die zu fokussen. Aber wenn nur die vorne stehen, was willst du machen, Junge? Hat er ja recht. An enemy has been slain. Na, ist nur noch Viertel übrig? Ne, Lux ist auch wieder da. Wieviel brauche ich noch für mein Rage Blade? 1075. Ja, da ist die Lux. Ist aber nur mal fix worden gegangen. Wollen wir es riskieren? Ja, jetzt fast. 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 Vielleicht haben wir es an. Und jetzt. Oh, schade, wenn der Hook noch getroffen hätte. Okay. Vend den an alle? Ach, damn it. Er hat also noch erwischt. Boah, kommentierbar weg. Bohoho Bohoho Jo, komme Leute Aber wollen sie es jetzt wissen, oder? Es wird getan werden Na, vielleicht auch nicht Jawohl, er geht Botlane pushen Was hatte ich gesagt? 1075 Dann gehe ich da oben noch die beiden Golems Vielleicht noch die Toplane ein wenig entgegen pushen Aber man sollte natürlich den Baron nicht so auslaufen lassen Wartet noch kurz, Leute Ich hole mir noch mein Rage-Belt Dann geht's scharf So Ne, ich muss Toplane gehen Da sind nämlich zwei Kommen wir aus, du brauchst nicht junglen Ich gehe dem Team helfen Kommt Leute, go go Lasst den da oben ruhig alleine Genau Aber Kate bleibt bei uns Kommt Wir brauchen Tower Kommt Ey Kann doch wohl nicht wahr sein Ja, so kann ich da nicht reingehen Teamfights kriegen wir ordentlich auf die Mütze Ja Willst du dich doch nicht echt mit mir anlegen Jaaaa Jetzt haben sie zu viel gewollt So So, da gehen wir dann auf meine Runde Diven Okay Okay Und ab wann So Hat sich der Baron also doch noch gelohnt Aber was ist das wieder für ein Spiel Oh, schnell Oh, schnell Braucht Kohle Oh, schnell, braucht Kohle Okay, auch sehr schön mit 10-2 Er war auf Karlsachter One-shot-any-for-so-win Oh, gehe ich mal die Toplane noch ein bisschen pushen So So, und jetzt lasse ich mich aber zurückfallen Und greife ins Teamgeschehen wieder ein Ah, ich will mir doch Sunfire Dafür reicht's auch genau Und jetzt aber zackig Ah, ärgerlich Na, kommt ruhig noch ein bisschen näher Na, kommt ruhig noch ein bisschen näher Komm, komm, komm 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 Schneller Jawoll Anbar den fetten Quadra Mal sehen, Penta wird's leider nicht mehr Schade Jawoll, GG Und wenn euch das Game gefallen hat Würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben Einen netten Kommentar oder vielleicht sogar ein Abo sehr freuen In diesem Sinne, bis bald, euer Ran Einen Aus Einen Jetzt